Roger Köppel, Sie sind Nationalratskandidat der SVP. Darf ich ein paar konkrete Fragen stellen? Sie dürfen alles fragen, was Sie wollen. Sollen wir über Familieninitiativen abstimmen? Stimmen Sie ja oder nein? Mein Motiv nach Bern zu gehen ist, dass ich mich für grundlegende Fragen einsetzen will, die die Schweiz beschäftigt. Unabhängigkeit, direkte Demokratie, die Staatssäulen der Schweiz, die momentan akut in Gefahr sind. Ich bin der Meinung, wenn das Haus brennt, sollte man über die wichtigen Fragen sprechen und nicht über für mich Nebensächlichkeiten. Sie sind selber Journalist und Sie wissen, dass das nicht ganz die Frage war, die ich gestellt habe. Ich versuche es nochmals. Werden Sie den Familieninitiativen zustimmen? Ein Motiv in der Politik ist, mich mit den grundlegenden Fragen auseinandersetzen, die ich auch immer in der Weltwoche thematisiere. Es gibt natürlich noch andere Fragen, aber das ist mein Schwerpunkt. Mir geht es um die Schweiz. Mir geht es um die Unabhängigkeit, die Selbstbestimmung der Schweiz, das Verhältnis zu der EU. Das sind für mich die zentralen Fragen. Dazu äussere ich mich jetzt auch kompetent. Aber andere Sachen, das hat für mich jetzt nicht die Priorität. Aber diese konkreten Fragen werden jetzt im Wahlkampf kommen. Zum Beispiel eine, die akut ist, sollen die homosexuelle Paare Kinder adoptieren. Was sagen Sie dazu? Das sind nicht die Fragen, die für mich brennend im Vordergrund stehen. Wenn ein Haus brennt oder wenn ein Schiff unten geht oder ein Loch hat, dann diskutieren Sie auch nicht darüber, wie Sie den Hauptmast konfiguriert haben wollen. Dann beschäftigen Sie sich mit den zentralen Fragen. Im Wahlkampf und wenn Sie gewählt werden, werden konkrete Fragen, wird der Alltag sehr harte Einzelfragenarbe ziehen. Das können Sie doch gar nicht umgehen. Ja, wenn Fragen brisant sind oder aneinandergetragen werden, dann kann man das ja dann beurteilen. Aber nochmal, wir haben heute das Problem, dass eine Mehrheit vom Bundesrat und vom Parlament in Bern an diesen Staatssäulen sagen, direkte Demokratie wird eingeschränkt, Unabhängigkeit gegenüber der EU wird eingeschränkt. Und wir müssen doch über die wichtigen Fragen sprechen. Und da kann ich als Journalist den Ball zum Journalisten zurückspielen und sagen, auch Sie haben da die Verpflichtung, als Journalist mit den zentralen Fragen zu beschäftigen, sich zu beschäftigen. Es gibt vielleicht auch noch andere interessante Themen, aber wir müssen jetzt über die zentralen Fragen der politischen Grundsäulen der Schweiz sprechen. Gut, eine zentrale Frage. Soll die SVP auf Kosten von der SP2 in den Bundesratssitz bekommen? Also ich war immer ein Verfechter des Konkurrenzsystems. Und dass die Parteien entsprechend von ihrer Wählerstärke vertreten sind im Bundesrat. Und tatsächlich ist heute die. Und das ist eben genau ein Teil des Übels, das wir haben, dass die wählerstärkste Partei in Bern im Bundesrat untervertretend ist. Und das ist das Problem. Das muss man rückgängig machen. Und natürlich immer im Rahmen der Konkurrenz.